Wenn du ne Kiste craften kannst, dann schon. Warum ne Kiste? Oder dann kannst du Items reinlegst, jetzt. Nein! Ähm, nein, ich... Soll ich's mal probieren? Soll ich's probieren? Nein, riskier's nicht. Ich weiß nicht. Warte, ich brauch mal kurz nen Zombie, dann kann ich das bei dem kurz ausprobieren. Okay, ich bin gerade in Lava gefallen und ich leb noch. Okay. Oh, Lacher! Alter, ne, ich suche so Zombie, weiß ich, ich kündigt so ein Jahr, ich will, ich will jetzt ganz mal in die Lava springen, was mach ich? Suchen Zombie, äh, und was kommt? Eiskalt, ich fall in Lava. Hallo Jeff Rohn. Oh stimmt, ich muss jetzt meine ganzen Items wegwerfen. Warum? Das war ich in Lava gefallen, nein, Jeff. Stimmt oder so, ich mach's ja nicht, ich bin doch nicht blöd. Und wo bekommst du Damage? Das war der Atme. Als wär ich in Lava gefallen, also echt, ey. Was haltet ihr von mir? Ey, du bist so schlimm. Letzte Aufnahme-Session. Ja. Gut, dass das nicht hochgeladen wird. Ja, das tut mir auch schrecklich leid. Blödes Sony Vegas, ey. Ja, also echt, ey, bäh, Sony Vegas. Battlefield ist mittlerweile auch so schlimm. Battlefield, bäh, weg damit, ab in Müll. Auge, hör mal auf. Habt ihr nicht, ich hab nichts gemacht. Ab in den Mund, hier geht's für dich. Ist das in der Haupt, ich hab's gesehen. Oh, mit mir, mit mir will ich zwar ein bisschen kuscheln. Oh, an alle Abonnenten. An alle Abonnenten, die Battlefield 3er schmeißt sofort in den Mülltonnel. Warum? Battlefield 3 ist sowas von scheiße. Seit dem neuen Update funktionieren bei den meisten das Battlefield 3 nicht mehr. Das ist sowas von scheiße. Weil Battlefield 3... Bei dir auch? Ja, es funktioniert auch nicht mehr. Das ist, ähm, da... Ich hab's jetzt zehnmal neu installiert. Zehnmal hab ich's neu installiert. Es funktioniert immer noch nicht. Und der Kundensupport, der ist noch scheiße. Der ist, ähm, ähm, der ist das blödeste an der ganzen Sache. Weil der funktioniert auch nicht. Da bist du zwei Stunden in der Wartegleife. Deswegen, kauft euch COD. Genau. What have you deal for coming, though? Kauft euch alle COD. COD ist eh geilste, also. Kauft euch alle... Vor allem, ne? Vor allem die Story total tricer eigentlich. Ne, aber Multiplayer ist... Kauft euch, nur ist kein Battlefield, ey. Mein Kumbel hat... Mein Kumbel hat, ähm, Ding... Bums da, wie heißt es jetzt? MW3. Das ist gut. Ja, MW3 ist sowas geilste. Ja, hol euch das. Ja, holt euch alle das. Nein, Netabricks, äh, Netafenster nehm ich mir mal gar nicht. Sonst, sonst ist der alte... Oder ich vor allem MW3 und, ähm, bei, äh, wenn ihr euch Black Ops kauft, zockt auf jeden Fall die Kampagne durch auf Veteran. Ist gar nicht schwer, oder so. Haja, Veteran, Schwester, Schwierigkeitsgrad von COD. Oh, es wird schon wieder Nachtsähe. Ne, ja, sehe ich auch. Hab gar keine Lust. Ich brauche, ich brauche das Holz, was ich in mir eingeladen habe. Warte, geh dir schon mal ins Bett. Ich geh nicht ins Bett, ich geh mal das Monsterhand wieder. Ich geh meine Armee auf. Okay, dann kann ich da hier weiter Kohle fahren. Ja, kannst du. Gut, dass ich noch unsterblich bin, sonst wäre, sonst hätte ich wahrscheinlich jetzt die ganzen Items weg. Na nicht wahrscheinlich, das ist schon passiert. Ja, letzte Aufnahmesession, ne? Ja, diese auch. Eben, gerade. Ähm, doch. Äh, ja, ich hab doch meine Items noch, als wäre ich in die Lava gefallen. Okay, ich bin in die Lava gefallen, aber... Ich konnte ungefähr abschätzen, als ich war nahe am Rand und da war Obsidian im Wasser. Ja. Dadurch hab ich mich da noch gerettet. Ja, super, ich hab keine Ränder, wo ich... Okay, ich hab hier einen Rand, wo ich einen Schneemann bauen kann, aber ansonsten gar nicht. Auf Schneemann zu bauen, damit veränderst du das Biom. Nein, ich baue hier bei mir, ich sperre sie sogar ein. Ja, da du veränderst, du das Biom, du, der... Oh, gar, ich hab nicht... Ja... Ja, ich bin grad schon dabei in der Höhle. So, gut ist ja, ich bin... Mein Haus ist doch kleiner, da komm nach Bonk, ich sterbe rein, aber ich hab's warten, bis die Brunke, ich hab' nicht gepackt. Ja, gut, ich geh' in die Wüste. So, und warten, bis sonst alles... Geh sterben, Enderman! Okay, ich hab' ne Enderpearl. Gut. So, geh mit deinem... So, geh mit deinem Sprich. Ich lass' jetzt schon wieder Kohle links liegen. Nee, Kohle brauchen wir nur Kohle mit. Ich brauch' nur einen Bogen! Äh, wenn... Wenn du... Ich hab' einen Bogen bei mir in der Truhe, wenn mich nicht alles täuscht da oben. Nein, ich fau' mir gleich selber ein, ich fau' mir gleich selber ein. Okay. Ich brauch' auch einen Bogen. Ey, ich lass' aber Kohle nur links liegen, rechts nicht, rechts läuft Mario. So, wie ist denn? So, Spider, von hinten. Brauchen wir Iron Golland? Oh, danke. Iron Golland ist doch gut. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ich bau' mir einen, wenn ich in mein Haus. Und ich mag ihn. Wann sehen wir meinen Textabend aus? Ja, bis ich komm' haben wir wahrscheinlich... Wie viel Eisen hab' ich jetzt schon? Ähm... Mit hier, 44. Entläuft. Und ich hab' hier hier ins Schmähzolle eingesperrt. Und wie gesagt, Kohle lass' ich links liegen, aber rechts nicht. Rechts nehme ich sie mit. Gut, dass die meiste Kohle links ist. Ich hab' verspäden. Aber nur mal ein, glaube. Oh mein Gott, ne Spinne. Die haben ein Schwert an die Hand und ans Herz halten. Ich kämpfe für mein Volk. Ach, scheiße. Oh, cool, Gold. Scheiß die Wand an. Gold und rechts ist Kohle, die nehme ich mir. So, wenn ich nicht draufgehe, rechle mich. Weil ich hab' nur noch ein Herz. Bin schon dabei, habt ihr schon recht. Ich weiß, jede... Jefra und jede hat ein Herz. Okay, da, das... Ah, ne, gut, die Kohle ist hier links. Gut, okay. Aber checker muss ich gleich im Bike packen. Tim, du, du tust gleich auch links liegen. Warum willst du schon, willst du 200 Kilometer kurz laufen, Hyper? Nee, eher gesagt. Sag schon mal, Daniel. Ich, äh, mach... Ich geb' einfach im, ähm... Auf... Ich schreib' einfach auf'm Blatt Slash, ähm, TP Tim ein. Ey, mach's doch hier in Minecraft. Ich warne dich, ich hab'n DIR Schwert. Okay, ähm... Slash, TP, Tim. Oh, Caps Lock. Oh, sieben. Sieben TP Tim. Ja, geil. Notsuche, äh, Notsuche, player. Hilfe, meine Mausmacht. Hilfe, meine Mausmacht. Ich sag' dir, ich hab'n DIR Schwert neben mir liegen. Und ich hab'n Platinschwert. Ich hab'n Carbon-Faser-Tennisschläger neben mir liegen. Tja, jetzt sag's dir nichts mehr, ne? Na klar, ich hab'n Papierschwert neben mir liegen. Oh, wie bedrohlich so. Oh, jetzt bist du richtig alversüchtig, ne? Oh. Ich hab'ne leere Wasserflasche neben mir liegen. Oh mein Gott. Und ne leere Ballzwierflasche. Ich hab'ne 2-Gigabyte, äh, mit 2-Tera-Beit-Fest-Stattes-Üben. Oh, man, nice. Hat es jeden interessiert. Creeper. Von überall. Ich hab'n Kissen neben mir liegen. Ich find'n toll. Und ich hab'ne leere Fanta-Flasche neben mir stehen. Auch nur ne leere. Ja, ne leere. Ich bin böse. Oh, Creeper. Von dem. Ich weiß. Der ist explodiert. Kaboom. Oder wie ein Team Fortress, ähm, wenn man, wenn man mit dem Demoman G drückt. Kaboom. Ich glaube, ich lass' jetzt Eisen auch schon links liegen. Ja, klar! tut mir leid, ich hab's aufs Skelett geschossen Ey, soll ich Eisen auch schon links liegen lassen? Nee Ich hab jetzt schon ein Stack So, du bringst mir aber mit meinem Zoll Ich hab aber keine Lust mehr Eisen zu formen und Gold lass ich neuerdings auch liegen Nein Da vorne Nein, Scherz, Gold nehm ich mit Und dir, aber dir lass ich liegen Ich lass gleich deine Mutter links liegen Ja, wollen wir die E.P. ein, Jungs Nein, schon klar lass ich alles mit nem außer Kohle Nein, Kohle nehm ich auch so teilweise mit Alter, wie wenig Zuckerrohr haben wir? Wir brauchen jetzt ein Produktionsstände Ach doch, hier sind noch ein bisschen Und hier ist noch ein bisschen Ich nehm mal hier alles Zuckerrohr, okay Tohle ist ja alles zuftig Für Bücher, das ist ganz wichtig, damit wir Ich brauche halt Sand, Jeffron Ja, ich auch Ich brauche im Moment nicht wirklich Sand Aber ich brauche auch ganz vordern mit GNT Eines Gute ist das ganze Eisen, was ich fahre, mehr Nein, Scherz So viel Eisen, wie ich fahre, davon könnte, das hält ein Leben lang Jungs und Mädels Also Daniel, das ist ein Jedi Deine Mutter ist ein Mädchen Oh nooo Ich weiß Mit ner Glocke vorne dran Mit ner Glocke vorne dran Aber ich lass Cobblestone links liegen NOOOOOO Warum verreckt ihr alle an dem Enderman, das ist voll leicht, den zu besiegen kein Life mehr hatte, schätze ich mal an. Achso. Tim, deine Mutter ist Mädchen mit einer Glocke vorne dran. Was? Ja, ich bin dabei. Oh Gott. Ding, dong, ding. Ja, ich weiß. Das hat gerade voll gepasst. Ja, ich gehe. Gehst du? Ciao. Er geht, habt ihr gehört? Das ist jetzt unser Let's Play. What the hell? Nein, das ist mein Let's Play. Mann, da kommt mir erst mal ein Creeper in die Quere und sprengt ein bisschen vom Haus weg. Und natürlich ein paar Bücherregale. Dun, dun, dun. Fail, Bob. Das ist doch so unterm... Jetzt hast du bemerkt. Fail, Bob. Ich mag Creeper einfach gar nicht. Die sprengen alles hinter sich her. Ich mag Creeper. Creeper sind nett. Ja, Creeper sind nett. Das ist mit TNT und Earth. Ja, und sie haben zu wenig TNT gegessen, ne? Ja. Ja, das ist normal. Ich hab Weimar aus dem TNT. Mach's. Ja, ich mag TNT. Du kannst davon lieb sein. Ich hab schon mehr Regenmetz mit rolliert. Ich hab mal 200 auf 100 bis zu maximalen Gründen, bis zu maximalen Gründen und TNT-Feld gemacht. Und hab das hochgesprengt. Ja. Ich hab's. Oh, ich hab's schon wieder. Jeff, bist du noch mal geschehen? Jeff, bist du noch mal geschehen? Du bist noch mal geschehen? Ein Creeper hat ein bisschen vom Haus weg gesprengt, aber das hat ich wieder reparieren. Das sieht so gut wie neu aus. Raucht mehr Kohle? Ich hab einen Rips-Decks. Ja, ich brauch Kohle. Ich bin auch grad hier noch Eisen am Braten. Ich bin schon da. Ja, ich brate Eisen. Wo? Hier, neben dir. Ach da, ähm, hier nimm. Wie heißt du? Gibt's noch? Ach, ich hab mal kurz was in den Set, weil ich hab alle Minecraft-Namen von euch nicht aufgenommen. Jeff, warum? Warum machst du das dann nicht so, ähm, Dings halt? Ja, mit Tab, mit Tab, oder, oder, ähm, mit Set-Home? Wir haben überall unser Set-Home, unser Home gesetzt. So, ich bin mal wieder beim Kellerbarn. Ja, Kinder, da liegt noch, warte, 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 hier, 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 hier kriegst du noch ein bisschen Eisen. Guck, 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 dass du irgendwo in den Reifen in den Ofen steckst. Ja, ist in Ordnung. Und ich brauch noch irgendwie was zu essen, ich hab nix mehr. Dann kriegst du hier mal meine 13 Brote. Da, hinter dir. Haben wir noch irgendwo klar? Und warte, ich geb der hier, das noch hier ist, du noch ein bisschen Kohle. Ups, lach, danke. Alter, gib meine Sachen her! Ja, mein, der hat mich nicht. Ja, ich geb's dir gleich, ich wollte eigentlich ein bisschen Kohle. Warte ab, du nicht. Flyhacker. Flyhacker. No, no, hab ich keine Fackeln. Hammer. Kenne da, die man braucht, fackeln. Und ich hab auch keine, ich muss erst fackeln machen. Ich hab's ein Cropf, nein. Nicht lang fackeln, Florian, fackeln. Warte, ich bleib mal hier auf meinem Bett stehen, ich geh mal eben auf Toilette. Mach das. Jo. Oh, ja. Noch mal? Die Eisenspitze gehört dir. Ups. Autsch. Das war doch mal wieder erfolgreich. Wir brauchen mehr Zuckerrohr. Ja, das glaub ich, der Mensch auch. Damit wir hier in Chartmentable, ähm, verbessern, dann kannst du es, ähm, du kannst auch oben anbauen. Ich hab doch angebaut. Bau oben noch mehr an. Ich hab, ähm, Gebiet angebaut, wo man anbauen kann. Das war zwar für mich oben gedacht, aber wir haben ja mal. Ja, ich bau, ich bau noch bei mir ein bisschen an. Ja, gut, dann mach das. Und falls ihr euch geht, das war, hat man das gehört? Nein, man hat nichts gehört. Okay, gut. Ähm, ich brauche mal Holz. Falls doch, das war mal mein... Ähm, in der Kiste liegt mein Fassdex. Ähm, nee, ich hab doch das. Na, Trotz, da. Warum finde ich jetzt kein Eisen mehr? Warte, ich werde angerufen. Hm, ich hör's. Das interessiert keinen. Ja, toll, Gold finde ich, aber Eisen nicht. Na, Gold ist auch gut. Ich verbrauche schon Gold. Ja, damit, damit wir eine Achterbahn machen können. Wah, wer braucht schon eine Achterbahn? Ich? Wenn, dann, wenn, dann macht man eine Neunerbahn. Ja. Das ist doch so witzig. Soll ich mal in die Lava springen und gucken, ob da irgendwie Dias oder das so sind? Nee, mach das nicht. Unter der Lava. Nee, ansonsten musst du in der Nähe jetzt deine Items wegschmeißen. Das ist eine gute Idee, du vorhin gemacht hast. Das machen wir so. Haben wir hier irgendwo noch Kisten? Aber ich bring, ich bring schon mal Schienen mit, ne? Ah, ich hab mich aus. Ich hab nämlich hier grad zum Komischen Cave gefunden. Und da war's auch immer die Szene, ähm, wo, da wo das Holz immer ist. Ah, das ist alles gut. Das ist dann. Wenn du Melonen sah, du musst Melonen sammeln finden. Wir, du findest keine. Ja, wenn du keine Findest dann gibst, wenn du keine Findest, dann werden wir dich alle dreimal bannen. Ich tauche, ich tauche mal in der Lava nach Melonen sahen. Witzig. Mein Scherz. Ja, ich weiß, dass es witzig ist. Da unten ist Redstone, komm ich aber jetzt nicht hin. Das ist nämlich Lava, weil ich kann kurz reinspringen und holen. Mein Scherz. Oh Mann, hier endet das Ding auch schon. Ey, das ist voll der kleine Abschnitt, nur. Das dürfte nochmal ein bisschen größer sein, grab mal ein bisschen umher. Äh, ich seh grad einen Creeper. Ja, gut. Soll ich den mal Cablamo machen lassen? Ah, okay, da oben geht es damit weiter. Gut. Weil, wer, du findest keine Kiste? Ah, dann passt jetzt, passt. Ja, ne, in der Kiste ist in ja auch manchmal Dias drin. Komm, doch, ich hab fast keine... T-3-Server, Kaneda, nur in 2.1.Nitrale.net. Warum auf unseren? Weil... Wir haben ja nicht... Wir haben ja nicht mal OP-Rechte, Kaneda. Ja, was für OP? Wieso pflanzet die hier ein? Wer braucht schon OP? Ich? Wer braucht schon OP? Es gibt Admin. Ja. Ah, dann halt Admin, Mann! Ich hab Admin. Oder SA halt, ne? Boah, ey, als du deinen TS3-Server hattest, ne, da hatten wir ja auch übelst die Probleme. Wir wollten ja mal Community-Server machen, da hatten wir ja auch volle Probleme. Meinnehmend. Vielen Dank.